Musik Zuverlässigkeit bedeutet Ehrlichkeit, Verantwortung, Gewissenhaftigkeit, Treue, Gründlichkeit und Sorgfalt. Diese Begriffe sind seit mehr als 100 Jahren Ethos unseres Unternehmens und prägen die tägliche Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern. Unser Wachstum ist organisch, unsere Zukunft geplant und die Qualität unserer Produkte und Leistungen ist weltweit gefragt. Das Know-how unserer Ingenieure, Techniker und Facharbeiter macht uns einzigartig. Das verantwortungsbewusste Handeln unserer Mitarbeiter schafft Kontinuität und Sicherheit. Wir denken lösungsorientiert, umweltbewusst und fördern mit unserer hauseigenen Ausbildungswerkstatt die Zukunft unseres Unternehmens. Wir entwickeln im engen Dialog mit unserem Kunden innovative Lösungen. Das Ergebnis sind Zahnradpumpen, Ventile und Systeme von höchster Qualität. Riggmeyer-Produkte unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und werden immer dann eingesetzt, wenn Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit von Bedeutung sind. Qualität, individuelle Lösungen und das Prädikat Made in Germany zeichnen uns aus. Hochqualifizierte Mitarbeiter, innovative Fertigungsverfahren und der Einsatz modernster Bearbeitungszentren ermöglichen eine kontinuierliche Qualität, hohe Verfügbarkeiten und kundenspezifische Produktkonfiguration. High-Tech-Prüfstände schaffen neue Möglichkeiten der Qualitätssicherung. Im Riggmeyer Anlagenbau entwickeln und fertigen wir Ölversorgungssysteme nach individuellen Kundenanforderungen, die sich durch höchste Zuverlässigkeit, Leistungsstarke und Langlebigkeit auszeichnen. Ein kompetenter Service, verbunden mit einer verlässlichen Ersatzteilversorgung, schafft Sicherheit. Zuverlässigkeit setzt höchste Qualitätsansprüche voraus. Wir bei Riggmeyer leben diesen hohen Anspruch in allen Bereichen unseres Unternehmens. Ein prozessorientiertes Management-System sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001 und 14001 sind feste Bestandteile unseres hohen Qualitätsanspruchs. Eine Qualität, auf die sich Kunden in aller Welt seit mehr als 100 Jahren verlassen. Made in Germany und gelebt von mehr als 200 Mitarbeitern. Riggmeyer Zuverlässigkeit Macht uns stark.